Ein typisches Problem prägt die Welt der Unternehmensfinanzierung, der sogenannte Principal-Agent-Conflict. Ein eher passiver Investor muss sich darauf verlassen können, dass sich seine Agenten, also die Geschäftsführer des finanzierten Unternehmens, möglichst in seinem Interesse verhalten und keine dummen oder selbstsüchtigen Entscheidungen treffen. Wenn Sie meinen Serien Venture Capital und Private Equity hier im Kanal bereits länger folgen, wird Ihnen auffallen, dass auch andere Klauseltypen in einem VC- oder PE-Finanzierungsvertrag wie zum Beispiel das Vesting genau diesen Konflikt adressieren. Ein weiterer wesentlicher Baustein des Investorenschutzes sind daneben die sogenannten Consent Matters, die entweder die Einschaltung des Investors oder aber eines separat einzurichtenden Beirats erfordern. Welche juristische Idee hinter all dem steckt und was es bei Private Equity und Venture Capital Finanzierungen insoweit zu beachten gilt, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Let's go Beyond Return! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Return. Mein Name ist Fabian A. Helger, ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, spezialisiert auf Unternehmens- und Finanzierungsrecht und berichte hier auf Beyond Return über spannende Themen aus der Finanz- und Geschäftswelt. Wenn Sie also mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, empfehle ich Ihnen diesen Kanal zu abonnieren. In verschiedenen früheren Episoden hatte ich bereits mehrfach erwähnt, dass Wagniskapitalgeber natürlich zuvorderst in Köpfe und Ideen investieren. Besonders deutlich wird das anhand der für Venture Capital und Private Equity typischen Klauseln Investing und Founder-Lockup, Wettbewerbsverbot und Abwerbeverbot sowie den normalerweise abzugebenden Garantien und Zusicherungen. Es geht hier aus Sicht des Investors jeweils darum, einerseits das Know-how an sich, also die Geschäftsidee im Unternehmen zu halten, andererseits aber selbstverständlich auch die Gründerpersönlichkeiten, mit denen die Umsetzung der Geschäftsidee steht und fällt. Gleichzeitig will die Investorenseite aber auch einen Fuß in der Tür haben und behält sich deshalb üblicherweise Einflussnahmerechte auf die Geschäftsführung vor. Hierbei ist grundsätzlich zu unterscheiden. Bei Frühphasenfinanzierungen, also Seed- oder Pre-Seed-Investments, lässt sich der Investor üblicherweise Informations- und Einflussnahmerechte unmittelbar einräumen. In der Later Stage werden die dagegen häufig mittelbar ausgestaltet, nämlich derart, dass ein Beirat oder Aufsichtsrat gebildet wird, der wiederum Interessen-, Informations- und Einflussnahmerechte im Interesse der Geldgeber ausübt. Aus Sicht des Investors ergibt sich dabei erstaunlicherweise häufig aus steuerrechtlichen Gründen eine Gratwanderung. Viele Investmentvehikel von VC-Investoren sind nämlich rein vermögensverwaltend ausgestaltet und dürfen, um die damit zusammenhängenden steuerlichen Vorteile nicht zu verspielen, keine operativen Tätigkeiten ausüben. Insoweit kann ich Ihnen die Lektüre des BMF-Schreibens vom 6. Dezember 2003 mit dem Titel Einkommenssteuerliche Behandlung von Venture Capital und Private Equity Fonds, Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung vom Gewerbebetrieb und Aktenzeichen 4a6 S2240 153 aus 03 empfehlen. Dieses Dokument wird häufig auch als Private Equity Erlass bezeichnet. Das Bundesfinanzministerium führte darin aus, kein unternehmerisches Tätigwerden in Portfoliogesellschaften. Der Fonds darf sich nicht am aktiven Management der Portfoliogesellschaften auch nicht über verbundene Dritte beteiligen. Die Wahrnehmung von Aufsichtsratsfunktionen in den gesellschaftsrechtlichen Gremien der Portfoliogesellschaften ist hierbei unschädlich. Die Einräumung von Zustimmungsvorbehalten analog § 111 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz ist regelmäßig unschädlich. Es sei denn, es werden Zustimmungsvorbehalte in einem Maße eingeräumt, dass der Geschäftsführung der Portfoliogesellschaft kein echter Spielraum für unternehmerische Entscheidungen bleibt. Dies wäre ein Indiz für eine gewerbliche Tätigkeit des Fonds. Die Einschaltung eines sogenannten Inkubators, in Klammern gewerbliche Entwicklungsgesellschaft, dessen Tätigkeit dem Fonds aufgrund schuldrechtlicher Verträge oder personeller Verflechtungen zuzurechnen ist, führt stets zur Gewerblichkeit des Fonds. Will ein Venture Capital oder Private Equity Investor also den vermögensverwaltenden Status seines Fonds aufrechterhalten, sollte er hierbei genauestens darauf achten, nicht zu nah an eine echte Management-Funktion heranzurücken. Übrigens, die Begriffe Beirat und Aufsichtsrat werden in der Praxis häufig synonym gebraucht. Allerdings sollte man insoweit mit Bedacht vorgehen, weil das deutsche Recht in verschiedenen Normen wie etwa dem § 52 GmbH-Gesetz sowie weiteren Spezialgesetzen explizit den Begriff des Aufsichtsrats benutzt. Im Zweifel bietet sich daher die Begriffsbezeichnung Beirat an, um insoweit eine klare begriffliche Abgrenzung zu erzielen. Häufig wird zudem explizit ein Ausschluss ungewünschter gesetzlicher Vorschriften für den Aufsichtsrat vereinbart und insoweit der Vorrang der Individualabrede klargestellt. Die Rechtsgrundlagen für die Einsetzung eines Beirats- bzw. Aufsichtsrats finden sich üblicherweise im Shareholders' Agreement sowie der GmbH-Satzung und gegebenenfalls einer separaten Geschäftsordnung für den Beirat . Wenn Sie mehr über die vertragliche Grundsatztechnik in Venture-Capital-Finanzierungen erfahren möchten, also insbesondere den Dreiklang aus Investment-Agreement, Shareholders' Agreement und Annex-Dokumenten, kann ich Ihnen insoweit zur Vertiefung den Teil 6 meiner Serie Venture-Capital empfehlen. Dort gehe ich im Detail auf Anatomie und Systemlogik einer modernen VC-Finanzierungsrunde ein. Einen Link finden Sie wie gewohnt in der Beschreibung. Wird die Einsetzung eines Beirats vereinbart, hat dieser üblicherweise Primärberatungs- und Überwachungsfunktionen. Allerdings sieht man hin und wieder auch die Zuweisung originärer Entscheidungsbefugnisse, besonders im Hinblick auf bestimmte Grundlagenentscheidungen, die normalerweise durch die Gesellschafterversammlung getroffen würden. Zu denken ist hier beispielsweise an die Kompetenz zur Ernennung und Abberufung von Geschäftsführern oder Prokuristen. Allerdings muss eine geplante Verlagerung von Kompetenzen der Gesellschaft auf ein Beiratsorgan immer auch anwaltlich durchgeprüft werden. Zwar lässt beispielsweise das GmbH-Recht breiten Raum für solche Kompetenzverlagerungen, enthält nach herrschender Meinung allerdings auch einige Verbotsregelungen. So darf beispielsweise die Kompetenz zur Entscheidung über Satzungsänderungen nicht auf ein anderes Organ verlagert werden, weil gemäß § 53 GmbH-Gesetz die Satzungshoheit zur zwingenden Kompetenz der Gesellschafterversammlung gehört. Egal ob nun ein Beirat bzw. Aufsichtsrat oder unmittelbare Kontrollrechte für den Investor. Üblicherweise wird ein Katalog von zustimmungsbedürftigen Geschäften und Maßnahmen vereinbart, den man englisch auch als Consent Matters bezeichnet. Typische Consent Matters sind Geschäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsgang hinausgehen. Nun, wie so oft mit unbestimmten Rechtsbegriffen wie etwa gewöhnlicher Geschäftsgang bleibt hier viel Raum für Interpretationen. Deshalb werden üblicherweise Regelbeispiele vereinbart, bei denen ein solches die Zustimmungsbedürftigkeit auslösendes außergewöhnliches Geschäft vorliegen soll. Zu denken ist beispielsweise an den Abschluss von Verträgen, die ein bestimmtes, geldmäßig zu bezifferndes Volumen überschreiten, oder solche Verträge, die die Gründer im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder nahen Angehörigen abschließen wollen. Neben einer Vermeidung von kurzsichtigen Vertragsschlüssen, die langfristig das Unternehmen schädigen würden, soll hierüber also häufig auch der berühmte Cash-Drain, also das arglistige Herausziehen von Geldern aus dem Unternehmen, verhindert werden. Wie genau die Consent Matters im Einzelfall ausgestaltet werden, ist höchst individuell und hängt maßgeblich vom Geschäftsmodell des Unternehmens ab. Aus Perspektive der Gründer muss allerdings immer darauf geachtet werden, dass sie ihr Geschäft möglichst reibungslos weiterführen können, ohne wegen jeder Lappalie den Beirat einbinden zu müssen. Hierzu ein Beispiel. Wenn Ihr Geschäftsmodell stark auf Warenkredite von Zulieferern angewiesen ist, sollten solche Warenkredite bis zu einer vertretbaren Höhe immer aus dem üblichen Zustimmungsvorbehalt im Hinblick auf Finanzierungsverträge ausgenommen sein. Hier müssen Sie als Gründer also auch manchmal stark um die Ecke denken, weil beispielsweise eine Warenlieferung mit längerem Zahlungsziel aus wirtschaftlich-juristischer Sicht durchaus eine Finanzierung analog einem Bankkredit sein kann. Planen Sie für Ihr Unternehmen eine Venture-Capital- oder Private-Equity-Finanzierung oder sind bereits entsprechend finanziert, sollten Sie bei allem, was Sie als Gründer und Geschäftsführer im Unternehmen tun, stets die Consent Matters im Hinterkopf haben und regelmäßig einmal grob überfliegen. Ein Verstoß gegen ein Zustimmungserfordernis kann drastische rechtliche Konsequenzen für Sie haben. So ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allgemein anerkannt, dass ein Verstoß gegen die gesellschaftsinterne Kompetenzverteilung, wozu natürlich auch und gerade die Consent Matters gehören, grundsätzlich dazu geeignet, eine fristlose außerordentliche Abberufung aus der Geschäftsführung zu rechtfertigen. Daran anknüpfend werden Sie üblicherweise auch sofort zu einem Bad-Lever im Sinne eines typischen Vesting-Mechanismus und können auf diese Art und Weise alle Ihre Anteile am Unternehmen verlieren. Wenn Sie mit den Begriffen Vesting und Good-Lever, Bad-Lever gerade noch nicht allzu viel anfangen können, keine Sorge. Schauen Sie sich einfach im Anschluss an dieses Video meinen Teil 10 aus der Serie Venture Capital an. Dort gehe ich dezidiert auf dieses für Gründungsgesellschafter zentrale Thema ein. In zwei weiteren Ausgaben habe ich ferner die Themen Abberufung eines GmbH-Geschäftsführers sowie den Aufhebungsvertrag für Manager näher beleuchtet. Links zu allen vertiefenden Videos finden Sie wie immer in der Beschreibung. Die Consent Matters bilden also einen ganz wesentlichen Aspekt jeder Venture Capital und Private Equity Finanzierungsrunde. Die Investorenseite sichert sich hierüber ihren Einfluss auf operative und strategische Entscheidungen des finanzierten Unternehmens. Möchten Sie als Geschäftsführer eines VC- oder PE-finanzierten Unternehmens eine zustimmungspflichtige Maßnahme einleiten, müssen Sie je nach vertraglicher Vereinbarung entweder ein separat eingerichtetes Beiratsgremium oder aber die Gesellschaft der Versammlung selbst anrufen. Verstoßen Sie gegen eine solche Vorlagepflicht, drohen drastische Konsequenzen. Nach der Rechtsprechung bildet eine entgegen der gesellschaftsinternen Kompetenzverteilung durchgeführte Maßnahme einen geeigneten Grund zur fristlosen Abberufung aus der Geschäftsführung. Daran anknüpfend werden Sie üblicherweise automatisch auch zu einem Bad Leaver im Sinne des Vesting-Mechanismus und können auf diese Art und Weise alle Ihre Anteile am Unternehmen verlieren. Bei Rückfragen oder konkretem Beratungsbedarf zu den Themen Venture Capital und Private Equity erreichen Sie mich schnell und einfach über meine Kanzlei-Webseite unter aquafin.com. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal, hier bei Beyond Return. Return. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.